Ich bin jetzt ein bisschen darauf angekommen. Ich mache jetzt einen Timer an, dass das gleich losgeht. Zehn Minuten. Ich sehe, wie viel besser ist von den dreien. Ich habe die mal ausprobiert, keine Ahnung. Ich nehme die hier. Ich nehme die hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020